La 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 Was hat heute Hassan? Der Hofhund, Heimliches im Sinn Er hetzt die Hühner und Hähne zum Heu kaufen, in die kleine Kneipe in unserer Straße. Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott dafür. Das ist alles ein Füge. War September in Athen, der letzte Abend war so leer. Sie fragte ihn, wann kommst du wieder? Das sagte er, vielleicht nicht mehr.